ja moin moin leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play Minecraft und wir sind gar nicht da wo wir letztes Mal aufgehört haben wir sind hier... wow wow... meine... Hör auf! Hör auf! Böse! Aus! Fui! Scheiße mein Schwert so wir sind nämlich gar nicht da wo wir letztes Mal aufgehört haben weil ich habe schon eine Aufnahme gemacht nur die ist leider ohne Sound und das wollte ich euch jetzt auch nicht bieten hier eine Stunde boah ich leck mich doch alle am Arsch in dieser Pfeife naja leck mich ähm so ähm ich bin hier im Let's Play, da kann ich nicht so wir haben nämlich hier schon ein bisschen an unserer zweiten Etage gearbeitet hier das war jetzt noch nicht so viel gemacht aber ist schon ein bisschen ja und ähm ja und da habe ich leider da war mein Mikro aus wenn ich wenn man zu dumm ist ne ja ähm sonst ist mein Mikro immer an ist das jetzt auch an? ja es ist an aber dann habe ich mal nicht nachgeguckt und es ist aus ja äh fragt man sich doch echt manchmal what the fuck sooo ja habe ich dann auch gesehen als ich mir das dann angeguckt habe ah toll hm so ist der Sound so pflücken wir hier erstmal noch ein bisschen Metall und so raus ja aber viel passiert ist nicht ich habe ein bisschen äh äh Monster gefarmt um das äh um die Diamantachs nochmal zu reparieren ähm und ähm ja dann habe ich hier unten halt noch gebaut die Sachen von oben habe ich glaube ich auch noch nicht fertig gemacht müsste ich eigentlich nicht noch nicht äh so erstmal machen wir jetzt hier die ganzen Löcher dicht und mein Computer wird wieder so laut so und ich muss das unbedingt mit meinem Mikro mal hinkriegen das kommt auch noch alles ich versuche mich immer äh regelmäßig zu verbessern so ist jetzt hier alles gemacht so der Scheiß ist aufgehoben ok äh dann gehe ich jetzt mal kurz hier runter äh hier ist noch ein bisschen Gold hier ist noch ein bisschen Eisen so hier ist auch noch Eisen so hier ist auch noch Eisen und eine Spinne durch so dann hier noch ein bisschen gut oh Gold oh ganz schön viel Gold Müsste Gold sein Müsste Gold sein so alles gekrapscht ok dann gehen wir jetzt hier wieder hoch wartet mal so so hi Spinny was geht fucking creepy alter der steht genau neben der Fackel wie ist der da hingekommen so so und hier auch noch ein Loch gut ok dann gehen wir mal hoch vielleicht will ich jetzt auch noch was anderes machen anstatt nur immer zu graben, 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 graben äh ja hier ist auch noch Eisen können wir auch noch mitnehmen ist ja eh irgendwie weg sonst wird ja auch noch schön gemacht und so weiter oh Lapislamushi direkt noch mitnehmen von mir aus so so das lassen wir einfach so hier haben wir noch unsere Kisten Steine Steine äh äh ja Stein wo ist das Stein ja ist alles Stein gut äh hier 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 Kies und hier hin äh ein bisschen Erde nehmen wir mal mit den Rest nehme ich auch noch alles mit hoch ne nicht alles die Dinger können hier bleiben was habe ich hier drüben hingetan naja hier habe ich ein paar Sachen von mir hin getan äh nehmen wir mal mit das können wir dann oben alles nicht leeren nein das kann dann hier bleiben weil der Scheiß dann auch hier sein wird bevor ich vergesse äh das hier mein Ding ah Feuersteine brauchen wir auch nicht so moin immer mitnehmen so dann hier mal aber noch Kohle scheiße hier drauf Kohle Kohle findet man überall und nirgendwo so ich höre wieder Blobs überall rum springen aha na was geht Alter der hält was aus Alter der hält was aus da sind hier überall diese Mini-Ficker gut dass dem Wasser nicht springen können dass ihr nicht der Vorteil habt so noch irgendwo da ist noch einer oder naja es sind noch drei oder so da ist noch ein Viech Alter ja ist ja normal finde ich gut dass die hier in den Sumpfgebieten so so oh nicht mit der ja mit der wäre es auch naja die halten dann ja eh nix aus da braucht man nix verschwenden dafür so mit den neuen Gestungen? ne ich glaube eh so soll hier unten noch was? was besonderes? können wir einfach mal gucken was ist das? achso ich sehe immer noch die Grafikbox hab gedacht was denn das jetzt für eine Fresse sieht so ein bisschen aus wie da die Augen da die Nase da der Mund ich so what the fuck gibt es hier neue Viecher oder was? ich muss das unbedingt mal patchen das vergesse ich auch immer wieder aber man sieht es Alter warum eigentlich dann immer im Wasser? aua kackviech kackviech so dum 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 alles kaputt machen so alles einfach komm mit slimeballs so hier dürfte eigentlich nichts mehr sein guck nur einmal rüber hier nö das ist gut dann gehen wir mal kurz hier rein so ihr müsst mal da raus von mir aus ist scheißegal kann ich häufig auch töten wer rein springt wird wird sterben das ist ein Ende so ist hier dunkel finde ich sehr nett von der Dunkelheit dass es dunkel wird jetzt haben wir erstmal das Loch hier weg genommen so ähm passen wir mal hier kurz hier haben wir auch noch unser Expertenloch soo scheiß creeper ne das wollte ich nicht so vielleicht können wir mitnehmen so äh kann ich hier noch irgendwo schauen oder sowas die sind ja eh voll total überfüllt sind ja so soll jetzt zwar irgendwie leichter gehen aber naja ähm warum schwer wenns auch einfach geht ne warum leicht wenns auch schwer geht oder so ähm so eine Piste da hin dann die andere hier hin fängt hier einfach an der Wand vor dann kommt hier wieder so Krims Krams rein wie wir das kennen äh das ist auch noch Krims Krams äh Krims Krams oh ich muss niesen das ist nicht gut aber wenn man sagt dass man niesen muss muss man glaube ich nicht niesen aber da bin ich mir nicht so sicher aber doch eigentlich schon so erstmal hier ganze Scheiß rein getan hier können wir noch brauchen so ähm so ähm erstmal hier bang dann machen wir ein paar Zäune so das sollte eigentlich reichen so Kartoffeln essen Kartoffeln ich mag das was ein schönes Wort für Kartoffeln nicht irgendwie cool so ok neuer Tag ein neuer Dollar wie ich Spongebob sagen würde ich bin ich bin ich bam 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 ich hasse Bogenbops aus Rechtem Wasser sind wir dann mal zu Ende ja keine Punkte leider oh oh Creeper bam 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 nein 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 böse und du bist auch böse ok äh ja der Rest ist mir scheißegal hm ok ähm dann reparier ich da hinten mal kurz ok ok oh nein der war fail haut ab verpiss euch hau ab gehst jetzt mal hier weg und machst hier keine Blockade boah boah ich will hier einfach nur mein scheißbauen alter jetzt haut doch mal hier ab nein nein doch so ihr geht da alle schön wieder rein so du auf kackding so das hier sieht auch scheiße aus das ist jetzt war gut gewagt jeder der raufkommt wird sterben das nicht euer pech so hier kann man auch nicht mehr helfen so er 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 ich mache jetzt einfach mal hier mit ab so so ok hier noch punkte gut aufgehoben und wieder tschüss so gut dann sind die ähm sachen ja von letztem mal wieder geheilt hier naja beruhigt dich gut gut so dann würde ich jetzt mal sagen ernten wir hier nochmal unser Bambusfeld unsere Bambusmauer so ist mir egal ob da jetzt 2-3 im Wasser sind wir haben eh genug so so ok und dann gehe ich wollte ich nochmal aha was die Dinger brauchen 2 jetzt ist mein Schwert scheiße ey so da ist auch noch einer haben wir uns auch nochmal diese schwarzen Dinger kann man immer mal gebrochen für irgendwas schwarzen Teppich oder so oder irgendwelche ähm anderen Sachen die mir grad nicht einfallen so nochmal ins Dorf äh Knochen und ein Pfeil die Spuren der Nacht so äh ja Texturen die können mich auch grad mal alle so 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 dann hier die Kartoffeln und und wieder lecker Kartoffeln machen so die Karotten da kam jetzt aber viele Kartoffeln äh Karotten raus so so jetzt sehen wir das Zeug das wollte ich nicht ich hab jetzt auch keine Hoe dabei was ist mir das? was ist mir denn Haus? anscheinend so komm essen wir einfach mal eine Kartoffeln jetzt hier so alter braucht ganz schön viel um satt zu werden so hier sind wieder Karotten am Start hat auch lange nicht mehr gemacht das Feld hier geerntet aber muss ja mal sonst wächst das ja einfach nicht mehr weiter und dann ist das ja auch sozusagen Verschwendung ups so dann zum nächsten Feld zwei Dorfbewohner jo ein Smaragden nö hab ich überhaupt Smaragden? weiß es nicht so und wir reißen einfach alle Viecher raus hier uns scheißegal jetzt wir haben eh genug wir können uns leisten wir können es uns leisten so das ist auch immer mal gut so ein Dorf in der Nähe zu haben ich entschuldige mich trotzdem nochmal für die ganzen Nebengeräusche wie die zum Beispiel oder mein Computer der Staubsauger hinten dran komm schon komm schon alles klar hier nochmal damit können wir uns übrigens auch wieder mehr Tiere machen weil wenn man die schwängert sag ich jetzt einfach mal so ähm kriegt man Punkte und wenn man sie tötet kriegt man Punkte also hat man doch ein hab man dann dann und sehr